Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Aber Sie haben es doch selbst gehört. Er will nicht mehr führen. Holen Sie mir, Fegelein! Wie bitte? Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Zerfahrt! Sonst haben wir jede Chance verspielt. Es ist mein Wille! Verbitte mir diesen Ton. Jörg! Feind das mal! Das ist nicht verreicht!